Hallo, schön, dass ihr wieder bei TUSKochtour eingeschaltet habt. Heute ist meine Auflösung für die 1000 Abonnenten Verlosung. Ich habe bereits hier zwei Pöttchen vorbereitet, einmal die YouTube Teilnehmer und einmal die Instagram und Facebook Teilnehmer. Es freut mich riesig, dass so viele mitgemacht haben und jetzt werde ich die zwei Gewinner dann ziehen. Zuerst eben auf YouTube und die Gewinnerin ist Birgit Fetke Schröder. Herzlichen Glückwunsch, Birgit. So, jetzt werde ich eben Facebook und Instagram Teilnehmer ziehen. Und die Gewinnerin ist Ann-Kathrin Müller von Facebook. Herzlichen Glückwunsch, Ann-Kathrin. Schreibt mir eine persönliche Nachricht auf YouTube, Facebook oder Instagram mit euren Adressen und Geburtsdatum und ich werde euch das dann auch in den nächsten Tagen zusenden. Herzlichen Glückwunsch nochmals an die Gewinner und nochmals auch vielen lieben Dank an meine 1000 Abonnenten und natürlich nicht zu vergessen an die Firma Birgmann und Dekoback, die die Produkte mir zur Verfügung gestellt haben. Also bis nächste Woche. Tschüss!